Schaut euch mal diesen Menschen hier an. Was denkt ihr, haben sie alle gemeinsam? Habt ihr eine Idee? Die Antwort bekommt ihr am Ende des Videos. Aber vorher müssen wir mal kurz reden. Intuition, Bauchgefühl, in unseren Entscheidungen ist eben nicht alles nur Logik, Fakten und Zahlen. Für uns verkopfte Wissenschaftler ist das manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Hallo. Hey. Alles klar? Hey, geht's dir gut? Moment. Ja. Ich kann nicht nachgewiesen sein, aber das ist mir doch egal. Es geht hier um meine Kinder. Gut, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber das mit dem Klimawandel, das glaube ich einfach nicht. Dabei ist es heutzutage leichter als je zuvor an Informationen zu kommen, beziehungsweise zu leicht wahrscheinlich. Im Internet findet man eben alles, wonach man sucht, ob es Sinn macht oder nicht. In den USA wurde in den USA wurde 2014 eine landesweite Umfragestudie vom Pew Research Center über die öffentliche Meinung zu wissenschaftlichen Themen durchgeführt. Laut dieser Studie glaubten 2014 30% der Amerikaner nicht an die Evolution. Ungefähr die Hälfte glaubte nicht, dass der Klimawandel durch Menschen verursacht wird und wieder rund 30% waren der Meinung, dass Eltern selber entscheiden sollten, ob sie ihr Kind impfen oder nicht. So kam es unter anderem dazu, dass die Masern, die eigentlich schon längst kein Thema mehr waren, 2014 in den USA ihr größtes Comeback seit 20 Jahren hatten. Die Sache ist die, Menschen glauben einfach sehr gerne nur das, was sie glauben wollen. Informationen, die unseren eigenen Überzeugungen widersprechen, ignorieren wir einfach. Es gibt sogar einen wissenschaftlichen Begriff dafür, der da heißt Confirmation Bias. Ob Impfgegner oder Verschwörungstheoretiker, Menschen, die sehr stur an ihrem Irrglauben festhalten, werden meiner Meinung nach vor allem von einem Bauchgefühl getrieben, das sehr stark ist. Angst und Misstrauen. Angst und Misstrauen sind zum Beispiel auch die Wurzel von Rassismus, von Fremdenhass. Aber Wissenschaft? Kann man Fakten misstrauen? Eine Studie aus Princeton, die 2014 veröffentlicht wurde, hat dazu sehr interessante Daten. Hier wurde untersucht, wie verschiedene Berufsgruppen auf die allgemeine Öffentlichkeit wirken, in Bezug auf zwei Eigenschaften, nämlich erstens Kompetenz und zweitens Wärme, also Menschlichkeit, Vertrautheit. Und während Wissenschaftler auf der Kompetenzskala ziemlich weit oben angeordnet wurden, schnitten sie auf der Wärmeskala nur so mittelmäßig ab. Übersetzt heißt das, Wissenschaftler sind schon ziemlich schlau, denke ich, aber ob man denen vertrauen kann? Eine Sache ist an dieser Studie aber besonders interessant, nämlich wie Klimaforscher wirken. Klimaforscher, die ja offensichtlich mit sehr viel Misstrauen zu kämpfen haben, schnitten in dieser Studie immer noch ein bisschen besser ab als reine Wissenschaftler. Und ich denke, das liegt schlicht und einfach daran, dass Klimaforscher in letzter Zeit immer wieder in den Medien auftauchen, erwähnt werden, dass Leute sich zumindest ein grobes Bild davon machen können, was ein Klimaforscher ist. Klimaforscher sind momentan wahrscheinlich noch die vertrautesten Wissenschaftler und damit wahrscheinlich auch vertrauenswürdiger. Und deswegen, liebe Wissenschaftler, lasst mal was von euch hören, geht raus in die Welt, redet mit den Menschen, aber so, dass sie euch auch bestehen. Wahrscheinlich ist es nämlich eben unsere Abgeklärtheit, unsere trockene Argumentation mit Zahlen und Fakten, die wir so sehr mögen, die eins außer Acht lässt. Das Bauchgefühl, Menschlichkeit, Wärme. Wenn wir also nicht nur den Verstand anderer Menschen, sondern auch deren Bauchgefühl erreichen wollen, wenn wir Ängste und Misstrauen aus dem Weg schaffen wollen, müssen wir wahrscheinlich eine andere Sprache sprechen. Was haben diese Menschen hier also alle gemeinsam? Es sind alles junge Wissenschaftler. Die Wissenschaftler von morgen. Hättet ihr es erraten? Würdet ihr diesen Menschen vertrauen? Habt ihr überhaupt ein Bild davon, was Wissenschaftler für Menschen sind? Naja, jetzt wisst ihr ja schon mal, wie wir aussehen. Jetzt müssen wir nur noch miteinander reden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.